Hey du, guck nicht so. Was guckst du so? Ich komm gleich aus dein Computer und hau dich. Was guckst du so? So jetzt reicht's. Mama, das da guckt mich an. Mama? Ich habe meine Mami verloren. Kannst du mir helfen? Warum guckst du so? Helf mir, du Blödmann. Helf mir doch bitte. Dann nicht du Wichser. Fick dich doch. Was guckst du so? Verpiss dich. Ja, okay, dann geh ich eben. Tschüss, du Hundesohn. Was guckst du so?